Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute sprechen wir über Kameraeinstellungen, worauf ich achte, wenn ich eine Kamera neu habe oder wenn ich sie ausgeliehen habe. Das meiste davon lässt sich auf die meisten Kameras auch adaptieren, wenn sie denn das Feature dementsprechend anbieten. Aber in der Regel funktioniert das schon ganz gut und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Mitgebracht habe ich die Canon und die Sony und ich würde das anhand von der Sony mal ein bisschen durchgehen, weil das ist die Kamera, mit der ich jetzt jüngst auch das meiste neu eingestellt habe oder einstellen musste. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Grundsätzlich, wenn eine neue Kamera zu mir ins Haus kommt, dann achte ich erstmal darauf, welches Firmware-Update drauf gespielt ist. Denn manchmal gibt es dann schon ein Update, wenn die Kamera ein paar Monate alt schon auf dem Markt ist. Das heißt, das wäre mein Tipp Nummer 1 an dich. Schau mal nach, ob du das aktuelle Firmware-Update auf der Kamera drauf hast. Denn meistens, und das ist gar nicht so untypisch, bringen die Hersteller dann nach ein paar Wochen oder Monaten nochmal ein Update, wo du vielleicht neue Features hast. Gerade Fuji macht das sehr gern. Aber auch Canon hat damals bei der EOS R, als die rauskam, nach gewisser Zeit dann nochmal ein Update rausgebracht, wo der Autofokus nochmal deutlich besser wurde, wo einige Sachen im Hintergrund auch dann nochmal behoben wurden. Also Firmware-Update wäre das Thema Nummer 1, also generell die Nummer 1, die ich an einer Stelle abhandeln würde. Dann ist natürlich das zweite immer die Frage der Einstellung, welche Speicherart du für deine Fotos einstellen möchtest, also welches Format. Und da gehe ich immer her ins Menü und hole mir zuerst die Möglichkeit, dass ich das Ganze auf RAW umstelle. Möglichst nur RAW und RAW verlustfrei komprimiert. Es gibt Kamerahersteller, die bieten noch eine Zusatzmöglichkeit mit der Komprimierung an. Bei Sony hier habe ich jetzt verlustfrei komprimierung Größe L eingestellt. Ich könnte aber auch Größe M einstellen und habe weniger Auflösung dann im Endfoto sozusagen und habe aber alle Möglichkeiten eines RAWs. Jetzt kann man bei Canon beispielsweise auch das C-RAW einstellen in der Regel. Das ist auch eine komprimierte Form des RAWs. Es gibt aber nur diese eine Möglichkeit, so wie ich es zumindest im Menü gesehen habe. Also du kannst RAW fotografieren unkomprimiert oder bei Canon das C-RAW, wo es ein bisschen zusammengepackt wird, wo die Dateien nicht ganz zu groß sind. Komprimiert heißt also, du hast in der Regel das gleiche RAW, das gleiche Foto abgespeichert, dann später auf deiner Festplatte, aber die Dateigröße ist deutlich kleiner, als das ursprüngliche vielleicht groß gewesen wäre. Und gerade bei Kameras, die eine sehr hohe Auflösung haben, macht es dann doch hier und da Sinn zu sagen, ich gehe auf eine komprimierte Variante, gerade wenn man sehr viele Fotos nacheinander macht und braucht quasi nur eine Auswahl irgendwie, dann macht das durchaus Sinn. Also RAW einstellen und wenn du kannst und wenn du brauchst, die Komprimierungsvariante einstellen, je nachdem, was deine Kamera dir bietet. Hast du nicht die Möglichkeit der Komprimierung, musst du natürlich das RAW nehmen, so wie es ist. Aber wenn du gerade hier auf Reisen bist und hier und da mal ein Foto dir rausziehen möchtest von der Speicherkarte, also über die Kamera, dann lohnt es sich auch RAW und JPEG einzustellen. Das ist das Nächste, was ich meistens mache, wenn ich jetzt beispielsweise mit der Fuji gerne unterwegs bin und so privat Fotos mache und gerne mal hier und da ein Foto mir rausnehme aus der Kamera, dann stelle ich RAW und JPEG ein, sodass ich mir gegebenenfalls unterwegs das JPEG gleich rüberziehen kann. Und in der Regel passt das ja auch von den Einstellungswerten her aus der Kamera raus schon sehr, sehr gut. Und das JPEG kannst du direkt per WhatsApp oder per was auch immer verschicken und kannst quasi direkt ein fertiges Foto weiterleiten. Dann schaue ich mir natürlich das Seitenverhältnis an und das stelle ich immer auf 3 zu 2 ein. Das ist in der Regel auch bei den Kameras voreingestellt, aber da vergewissere ich mich immer nochmal, ob dieses Seitenverhältnis tatsächlich auch drin ist, denn 3 zu 2 ist das übliche Format, das übliche Fotoformat, Bildformat. Und natürlich kannst du auch 4 zu 3, 16 zu 9 und 1 zu 1 bei der Sony hier einstellen, aber ich selbst nutze immer nur das 3 zu 2 Format, um im Nachhinein da nochmal zuschneiden zu können, was ich denn brauche und wie ich es haben möchte. Dann gehe ich immer als nächstes nach den Fotoeinstellungen direkt in die Videoeinstellungen und schaue mir quasi an, welche Auflösung möchte ich grundsätzlich mit der Kamera aufnehmen. Und in der Regel ist das grundsätzlich 4K. Hier bei der Sony könnte ich bis zu 8K hochgehen, aber hier habe ich auch 4K eingestellt. Das ist mein Standardformat, wenn ich damit filme, es sei denn, ich möchte Zeitlupen filmen, also Slowmotion produzieren, dann muss ich dementsprechend eine andere Variante wählen, also eine höhere Framerate und eine niedrigere Auflösung. Das speichere ich mir dann ab, da kommen wir aber gleich dazu. Aber grundsätzlich stelle ich im Dateiformat 4K ein und habe dann das XAVCHS 4K Format. Jetzt hängt er wieder davon ab, was deine Speicherkarte auch unterstützt, beziehungsweise welche Speicherkarten von deiner Kamera unterstützt werden. Dementsprechend kannst du hochauflösende Videos aufnehmen und kannst dementsprechend auch in einem besseren Codec aufnehmen. Das heißt, du hast mehr Möglichkeiten im Nachhinein in der Videoproduktion, in der Videobearbeitung, was die Reserven im Bild angeht. So ein bisschen wie die Bildbearbeitung, das RAW und unterstützt deine Kamera auch bessere, schnellere und neuere Speicherkarten. Kannst du in der Regel auch, wenn sie es kann, softwaretechnisch auch nochmal höher und besser produzierte Videos aufnehmen, um es mal ganz einfach zu sagen. Und dann kannst du in dem Video im Nachhinein noch ein bisschen mehr rausholen. Gut, das lege ich so fest. Und dann den APS-C-Modus, den hat ja nun die Sony bei den meisten Kameras auch drin, wo sie automatisch umschaltet in diesen APS-C-Crop-Modus, wenn du jetzt ein APS-C-Objektiv hier dran verwenden würdest. Das habe ich in der Regel auf Auto eingeschaltet, weil ich sehr selten APS-C-Objektive dran verwende. Außer das Viltrox, dazu habe ich ein Video gemacht, das Viltrox 13mm, schau gern mal hier da vorbei. Das wird natürlich im APS-C-Modus verwendet, aber bei der Sony hast du in der Regel so eine hohe Auflösung, je nachdem was du für ein Modell hast, wo es jetzt nicht wirklich eine Rolle spielt. Also das lasse ich auf Auto und das ist so die grobe Einstellung, die ich vornehme. Und gerade bei Video, wo ich es gerade eben sagte, da achte ich dann darauf, dass ich mir den Video-Modus, wenn wir jetzt mal rüber gehen auf den Video-Modus, ich habe jetzt mal umgeschaltet, dann lege ich mir auf den ersten Speicherplatz, ich kann das ja mal hier zeigen, auf den ersten Speicherplatz hier oben, da lege ich mir immer das 4K-Bild drauf, und zwar das 4K-Bild, was ich hier drinnen indoor im Studio produziere. Also mit meinen Grundeinstellungen. Und auf den Speicherplatz Nummer 2 lege ich mir in der Regel, das ist dann gleich daneben, lege ich mir in der Regel dann die Slow-Motion-Variante. Das hat dann dementsprechend natürlich eine niedrigere Auflösung, zumindest auch bei dieser Kamera, die kann kein 4K, 120 Frames, aber ich kann hier durchaus mal hergehen und sagen, ich mache jetzt mal eine Slow-Motion. Es gibt auch dieses S&Q-Menü, da kannst du dementsprechend Zeitraffer und Slow-Motion auch mal schnell erstellen. Aber ich habe sowas gern selber in der Hand und wenn es schnell gehen muss, ist das ganz praktisch. Aber wenn du es professionell machen möchtest oder einfach die Parameter besser in der Hand haben möchtest und nochmal ein bisschen justieren magst, dann macht es Sinn, hier einen Speicherkartenplatz dementsprechend, also einen Kameraspeicherplatz dementsprechend festzulegen, der dir dann vorgibt, dass du jetzt in der dementsprechenden Variante Video aufnimmst. Soviel zum Video. Natürlich lege ich das Ganze auch für die Fotos dementsprechend fest und natürlich lege ich mir auch fest bei Fotoaufnahmen, in welcher Bildfolge ich aufnehme, also welchen Autofokus. Und da lege ich in der Regel immer den Single-Autofokus fest. Ich lege kein Continuous-Autofokus fest, außer natürlich für Video. Da habe ich niemanden, der hinter der Kamera steht. Da brauche ich den Continuous-Autofokus oder Augen-Autofokus. Aber in der reinen Fotografie lege ich mir den Augen-Autofokus beziehungsweise den Single-Autofokus und den Center-Fokus fest. Und den kann ich dann verschieben. Da gibt es dann dieses Viereck und damit kann ich dann hergehen und kann dann sagen, ja, ich möchte das Bild jetzt weiter von der Mitte aufnehmen oder ich möchte jetzt mehr am Rand etwas fotografieren und dann kann ich selber festlegen mit dem Joystick, wo ich hingehen möchte. Ich kann euch das mal zeigen, hier der Joystick hier in der Mitte. Und damit arbeite ich dann. Ich habe den Joystick daneben und den Fokuspunkt in der Mitte auf dem Display. Und das ist dann das, womit ich dann arbeite. Natürlich habe ich hier die Touch-Funktion. Ich könnte auch sagen, darauf bitte scharf stellen und das Foto machen. Aber ich mag es dann eher, wenn ich dann den Joystick habe und die Touch-Funktion dann mehr für das Video oder im Nachhinein für das Bild reinzoomen dann benutze. In der Regel nehme ich, wie gesagt, den kleinsten Autofokuspunkt. Einfach um sicher zu gehen, dass die Fokussierung auf das Objekt oder Motiv, was ich möchte, dann möglichst genau und präzise ist. Außer in Wildtiergeschichten oder wenn ich einen Hund fotografiere, da lege ich mir natürlich ein viel größeres Feld zu. Das kann ich euch auch zeigen. Da nehme ich dann in der Regel dieses große mittige Feld. Das ist dann eher das hier, das große Feld. Und da kannst du dann auch, siehst du, jetzt kannst du mich sehen, wie er mich trackt, glaube ich. Und da kannst du dann auch, wenn du jetzt etwas verfolgst, auch viel besser nachfokussieren lassen. Das heißt, Continue Autofokus festlegen, dieses breite Feld oder Gesamtfeld. Und dann sucht er in der Regel auch dann, wenn du ein Tier fotografierst, auch die Augen oder das Gesicht oder das Objekt und das Motiv, was du fotografieren möchtest. Aber das nutze ich eher selten. Ich nutze eher, wie gesagt, den kleinen Autofokuspunkt in der Mitte. Genau. Dann lege ich natürlich in der Regel auch fest, dass die ISO nicht Auto ist. Das könnte ich tun, das mache ich aber nicht. Also im Sinne von, die Kamera kann ja ISO bis sonst wie hoch. Und du merkst nicht wirklich deinen Unterschied im Bild, weil der Sensor schon so gut ist. Zumindest hier im Fall der Sony A7R5. Aber in der Regel ist das keine Automatik. Auch hier achte ich darauf, dass ich beim Fotografieren mir hier die ISO selbst festlege. Und das habe ich standardmäßig hier gelassen. Auch hier in dem Fall an der Seite hier, dieser Button. Hier liegt die ISO. Und das habe ich auch genauso bei der Sony gelassen. Dann lege ich mir auch den Weißabgleich fest. Und den lasse ich in der Regel auf 4600 Kelvin. Das ist auch so ungefähr die Tagessichtfarbtemperatur. Und die lege ich in der Regel auch so fest. Ja, ich fotografiere im Raum. Und ich könnte im Nachhinein noch ganz viel ändern, auch im Weißabgleich. Aber ich mag es dann eher, so diesen Tagessichtmodus drin zu haben im Weißabgleich. Beziehungsweise etwas Wärme auch einzustellen, einfach um ein schöneres, softeres, wärmeres Sicht hinzubekommen. Gerade wenn der Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang gerade ist. Draußen für Portraits, bei Aufträgen, bei Hochzeiten oder auch bei Landschaftsfotos. Dann mag ich es, wenn das Ganze ein bisschen wärmer angehaucht ist. Und im Nachhinein kann ich immer noch in diesem RAW-Format natürlich am Rechner dann festlegen, okay, es war doch zu viel, ein bisschen kühler. Da sind dem Ganzen natürlich meistens keine Grenzen gesetzt. Ja, dann achte ich natürlich darauf, dass ich eine möglichst kurze Verschusszeit habe, wenn ich aus der Hand fotografiere. Ich habe ja erzählt letztens bei Instagram auch, dass ich aus der Hand den Mond fotografiert habe mit der Venus. Und da versuche ich natürlich auch in eine möglichst kurze Verschlusszeit, also maximal einstellig. Die Kamera kann das ja nun auch, auch die Canon. Und da versuche ich immer so kurz wie möglich zu bleiben. So kurz wie möglich heißt, weil das variiert natürlich auch von Objektiv zu Objektiv, mindestens das, was du an Brennweite hast, in Verschlusszeit. Also habe ich eine Brennweite von 50 mm, versuche ich auch in der Regel nicht tiefer als ein Fünfzigstel zu gehen. Bei einem 70-200 dann möglichst nicht tiefer als ein Zweihundertstel, eher noch ein bisschen drüber, um sicher zu gehen, dass du auch wirklich wenig Bewegungsunschärfe drin hast. Wenn Menschen fotografiert werden, die doch mal blinzeln sollten oder sich ein bisschen bewegen, das muss natürlich angepasst werden. Also Verschlusszeit möglichst minimal. Und was ich natürlich auch einstelle, ist den Bildschirm. Und zwar stelle ich mir die Bildschirmhelligkeit in der Regel nicht auf die Werkseinstellung, weil die ist meistens sehr dunkel, weil die Hersteller möchten, dass der Akku lange hält, dass du quasi die Kamera lange benutzen kannst. Da achte ich darauf, dass die Kamera eher im Display heller eingestellt ist, weil es zum einen viel mehr Freude macht. Und du wirst es sehen, probiere das aus, geh raus, mach Fotos mit deiner Kamera und stell dir in Suche oder das Display dunkler ein, schau dir die Bilder dann an und dann stell das Ganze mal viel heller ein, also nicht als Standard einstellen, sondern wirklich benutzerdefiniert und mach dann Fotos und du wirst sehen, du hast mehr Freude beim Fotografieren, du hast mehr Freude an den Bildern, weil das Ganze viel heller, viel freundlicher wirkt. Und das ist ja genau das, was du brauchst beim Fotografieren, also egal Aufträge oder für dich privat, du brauchst Freude auch beim Fotografieren und die hast du, finde ich zumindest, nicht, wenn das Ganze zu dunkel eingestellt ist. Aber das ist wieder kameraabhängig, also kameraherstellerabhängig, bei der Canon habe ich in der Regel den Stromsparmodus schon drin, weil der Sucher noch hell genug ist, aber über das Display wäre das eigentlich schon fast zu dunkel. Aber bin ich für mich so selbst unterwegs und habe genug Akkus dabei, dann mache ich das Ganze in der Regel auch hell genug und dann macht das wirklich was aus, also probiere das unbedingt. Soviel zum Display und zu den Grundeinstellungen und natürlich, das darfst du nicht vergessen, ich modifiziere mir die Kamera immer, sobald ich die ein bisschen benutzen muss oder möchte auf meine Bedürfnisse, was die Einstelltasten angeht. In der Regel lasse ich die Werkseinstellungen auch für Blende und Verschlusszeit so wie sie sind, also egal ob Canon oder Sony, aber was ich mache, ist zum Beispiel bei der Sony typischerweise, ich stelle mir hier links oben auf den C3-Button, stelle ich mit den Lautlosmodus ein, sodass ich also mit einer Taste hier oben festlegen kann, ich möchte lautlos fotografieren oder man darf die Kamera hören. Das ist gerade bei Aufträgen, wenn du in Kirchen bist, kann das ein Thema sein oder wenn du Wildtiere fotografierst, dann kann das auch ein Thema sein, dass quasi das Auslösegeräusch der Kamera schon die Tiere zu stark aufschreckt und da lohnt es sich dann doch vielleicht den Lautlosmodus zu benutzen. Was ich auch gerne nutze, ist hier unten auf dem Mülleimer, der Mülleimer-Button, das ist dann der Berührungsmodus sozusagen, also das Touch-Display eingeschaltet und das Touch-Display wieder ausgeschaltet. Das stelle ich mir auch gern so ein. Auf den C1-Button hier oben links stelle ich mir dann nochmal den Weißabgleich. Ich habe ja gerade eben gesagt, den nutze ich gern auf 4600 Kelvin, aber wenn ich feststelle am Set, das lohnt sich noch ein bisschen wärmer einzustellen, dann gehe ich direkt in dieses Menü, habe hier eine Taste dafür und stelle mir das Ganze noch ein bisschen wärmer ein. Den AEL-Button nutze ich eigentlich so gut wie nie, aber den C2-Button hier oben, das ist auch einer meiner Lieblings-Buttons, den lege ich auch sofort fest, wenn es nicht unbedingt schon gemacht wurde. und zwar habe ich hier oben auf dem C2-Button die Möglichkeit mir hier festzulegen, was priorisiert fokussiert werden soll. Ihr seht das gerade hier, da gibt es verschiedene Einstellungsmodi, also Menschen, Züge, Vögel, Insekten und so weiter und so fort und das ist wirklich praktisch. Also ich habe jetzt zwar nicht so oft die Situation, dass ich von Menschen auf Züge umschalten muss, aber wenn ich draußen bin und fotografiere Pepper und fotografiere dazu wieder Menschen oder Insekten, dann kann ich sehr schnell umschalten, habe quasi den Autofokus, Augenautofokus sogar, auf dem Hund und schalte sofort um auf Landschaft, auf Kinder, Erwachsene, ja, Insekten, dementsprechend wenn ich Makros machen möchte, das ist ultra praktisch und das ist zwar etwas, was ich ein bisschen notorisch überprüfe vor jedem Shooting, ob das wirklich richtig eingestellt ist, aber es macht total Sinn, wenn du das Gefühl hast, du brauchst das, weil du schnell wechseln musst zwischen den verschiedenen Szenen, ist das wirklich Gold wert. Ich mag das. Was ich hingegen selten benutze, das ist dieses FN-Menü, das ist natürlich fest belegt hier, ihr seht das, wenn ich hier reindrücke, also hier diese Taste, dann kommt nochmal dieses Einstellen-Menü, ich könnte aber auch hergehen und das Ganze über diesen Wisch nach oben, jetzt habe ich den Berührungsmodus noch drin, wenn du also nach oben gehst und den, na, jetzt geht es nicht, das ist der Vorführeffekt, ach, ich habe es im Menü nicht eingestellt, okay, also im Menü habe ich es gerade nicht eingestellt, also ihr seht, das nutze ich eher selten, den Swipe-Up nach oben mit dem Menü, ich nutze dann, wenn, dann schon eher dieses FN-Menü, aber in der Regel ist die Kamera so voreingestellt, dass ich das meiste schon drin habe und eher noch umschalten muss zwischen Augen-Autofokus und nochmal die Blende einstellen, irgendwie die ISO anpassen, also das sind so eher die Sachen, die ich in der Regel mir dann hernehme. Was ich natürlich auch auf jeden Fall mir einstelle, gerade im Display, in der Anzeige, ist unbedingt die Wasserwaage, ich sehe das gerade eben, beziehungsweise auch hier das Histogramm, weil das ist wirklich etwas, wenn du es mit den Fotos verseppelst, dann liegt es meistens daran, dass du das Histogramm missachtet hast oder einfach nicht im Display hattest und gerade die neuen Kameras jetzt haben natürlich alle die Möglichkeit, mit einem Histogramm dir zu helfen, im Sinne von Exposed to the Right, ihr kennt das vielleicht, also da habe ich die volle Kontrolle über das Foto mit dem Histogramm und weiß, was ist zu dunkel, was ist zu hell, wo bewege ich mich, wo muss ich hin und das hilft natürlich auch, effizienter zu fotografieren beziehungsweise zu filmen. So, ansonsten gibt es zur Kamera, was die Grundinstellungen angeht, glaube ich nicht mehr viel zu sagen, Speicherkarten sollten geeignet sein, ich nutze immer noch die handelsüblichen, recht guten, recht schnellen, immer noch SD, SD, SD-Karten, nicht SSD, SD-Karten. Ich bin noch nicht umgestiegen auf die anderen Varianten, auf die CF-Express-Karten von Sony oder Canon, ich habe es bis dann noch nicht gebraucht, aber das wird sicherlich kommen irgendwann, bis dann komme ich recht gut zurecht und was ich bei Sony gern mache, ist zwei SD-Karten benutzen, damit ich zum einen meine Dateien besser managen kann, also im Sinne von, ich bin beim Kunden und dann möchte ich auf die eine Karte meine RAW-Daten haben, für mich zur Nachbearbeitung und auf die andere Karte komplett nur JPEG, quasi gleich vieler Anteil, um dann vor Ort zeigen zu können, boah, das ist das Foto, das ist das Foto oder ich kann mal schnell eine Auswahl schicken, das macht das Leben extrem leicht und das kann auch ein Thema sein, wenn du auf Reisen bist oder wenn du unterwegs bist und möchtest gern hier und da, ich habe es vorhin erwähnt, gern mal ein Foto schnell rausziehen aus der Kamera, dann lohnt es sich RAW und JPEG einzustellen und das kann man wie gesagt auch gut trennen, auf die Karte das, auf die andere Karte das und das macht total Sinn, einfach für das Dateimanagement und damit man sagen kann, okay, dort liegen die RAWs abgelegt, wenn ich sie dann brauche. Ja. Soviel zu den Grunddingen, die ich in der Regel bei den Kameras einstelle und das nimmt sich nicht viel, ob Canon oder Fuji, ich schaue in der Regel immer darauf, dass ich mir alles möglichst so einstellen kann, dass ich es recht schnell und effizient benutzen kann. Natürlich gibt es gravierende Unterschiede, gerade was die Buttons angeht. Canon hat bei Weitem nicht so viele Tasten, die ich frei belegen kann, wie die Sony. Sony, das ist so ein bisschen ein Vorteil der Sonis, muss ich sagen, aber in Grundzügen ist das alles sehr ähnlich, was du einstellen kannst und das nimmt sich dann in der Benutzung auch nicht mehr viel, wenn das Ganze dann in Fleisch und Blut übergegangen ist. Ich hoffe, das war ein bisschen hilfreich, weil es kam mir das öfteren von euch die Frage, was kann ich mit meiner Kamera einstellen, dass ich bessere Bilder machen kann oder was stellst du denn bei deinen Kameras ein, wenn du sie benutzt, wenn du sie das erste Mal hast, worauf sollte ich denn achten? Ich wollte das gerne deshalb mal in diesem Video aufgreifen und ich sehe gerade, das läuft gerade auch schon wieder deutlich länger als geplant. Ich hoffe dennoch, es war interessant. Ich hoffe, es hat euch etwas gebracht. Ihr konntet vielleicht hier und da was abschauen. Das wäre natürlich richtig gut. Das heißt, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hier. Wenn ihr sagt, das war wieder viel zu lang zu diesem Thema, gerne auch einen Daumen nach unten und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gerne auch ein Abonnement hier abschließen. Damit unterstützt ihr mich dann für die nächsten Videos und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Vielen Dank! Vielen Dank.